Finde ich eigentlich sehr, also einerseits finde ich den Begriff tatsächlich sehr gut, weil es ein bisschen den Fokus wieder zurecht rückt, nämlich genau auf das Endergebnis, was du jetzt zuletzt irgendwie gesagt hast, nämlich ja klar hat man dann vielleicht eine Karriere geschafft, aber wie wir es ja immer sagen, es geht ja nicht nur um die Arbeit, sondern es ist Arbeit und Leben. Also es ist natürlich ein sehr, sehr großer Teil und wir reden ja natürlich auch deswegen sehr viel über sowas wie Tagebuch schreiben und sowas, weil man das ein bisschen weicher einbetten muss, diesen Arbeitsfaktor, weil der einfach so viel Zeit auch in Anspruch nimmt. Ganz konkret, wenn man sich seine normale Woche hernimmt, dann haben die meisten Menschen tatsächlich zwei Tage ein Wochenende, wo sie vielleicht nichts aktiv für die Arbeit machen müssen. Und ich glaube, da kann sich jeder damit identifizieren, selbst wenn ich aktiv nichts machen muss, die Chance besteht immer, dass mir irgendetwas entgegenkommt, wo ich dann mehr drüber nachdenken muss. Das heißt, wir haben da so einen Riesenteil des Ganzen, was aber nicht wahrscheinlich Priorität haben sollte auf der Ebene. Und deswegen finde ich das eigentlich sehr gut, das so voranzutreiben, auch irgendwie so eine Zielauslegung, dass man sagt, das ist ein Lifestyle-Based-Career-Plan, weil das kommt dann genau dort raus, was du jetzt am Ende gesagt hast. Das heißt, Karriere ist schön und gut, aber der Kontext, in den es eingebettet ist, muss immer sein, bin ich gesund körperlich, ist meine mentale Gesundheit in Ordnung, wie sind meine Beziehung zu meiner Familie, Freunde, eben wie du gesagt hast, Kinder, Hobbys und so weiter. Das muss ja alles quasi gemeinsam eingebettet werden, weil es geht irgendwie, wie man es ja bei den ganzen unterschiedlichen, vielleicht Psychologen auch irgendwie lesen kann, dieses Meaning of Life ist ja nie so einfach runterzubrechen, dass man sagt, ja klar, ich habe einen Job, bei dem ich 60 Stunden arbeite und bin dort super erfolgreich. Schauen Sie sich, dass man damit nicht letztendlich glücklich wird und das ist nicht eben dieses Meaning of Life, sondern das hat ein bisschen eine abstraktere Ebene, wo halt mehr drinnen ist, als nur diese Arbeit. Und das finde ich aber eben sehr interessant, wie du gesagt hast, auch am Anfang, dass das so eine, also eben, dass dieser Rahmen gegeben sein muss, auch für das konkrete, aktuelle Arbeiten, dass es nicht irgendwie davon zu weit entfernt ist, weil das Ziel dann wieder so ein bisschen schwierig zu fassen ist. Also das finde ich eigentlich auch gut, das so nochmal zu sehen. Vielen Dank.